Hallo miteinander. Heute startet mein YouTube-Kanal. Ich bin Simone Barrientos, Mitglied für die Fraktion Die Linke im Bundestag und ich werde euch hier auf dem Laufenden halten, was unseren Kampf gegen Rassismus betrifft, was wir hier so machen an Aktionen im Bundestag und was ich sonst an politischer Arbeit mache, aber hin und wieder auch mal was Persönliches mitbringen. Und ich hoffe, ihr schaut vorbei. Danke, tschüss.